So, willkommen zu der Hörde, ich sag dir jetzt, Auge schön, bin wir da drüben! Was ich meine, fängt mit D an, Dachschan! Bin wir da da, wir kommen los! Das ist interessant, sind denn alle anderen da? Egal! Es ist auch da, oder? Ist keine Bagger hier reingefördert? Office ist da! Ja, haut schon ab! Ach, wir fahren schon los! Ja, gerade gesagt! Ja, ja! Boah, was ist hier los? Gibt's ja gar nicht! Ist das schon hell in deinem Auto? Ja! 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 eingeschüchtert. Wie schnell fahr' hier vorne? 100 ungefähr gerade. Jawoll! Oh, ich wollt' eigentlich dürften. Du weißt doch, das geht in ETH jetzt nicht. Ne, leider nicht. Ach, wer schreibt mich denn an? Kannst du dir jetzt im Endeffekt schon driften, wenn du einen Trailer dran hast? Musst ungefähr mit so... ...und weiß ich mal, was das war, ich glaub... Alter! Musst um die Kurve, und dann kurz die Feststelle mit uns anziehen und wieder loslassen, dann driftest du. Ja, muss ich in Autos gehen, ist noch einfacher. Och, Motorfilfunktion. Super Sache. Ja, wo ist der Chris jetzt? Der war doch von da. Ja, ja, ich komm grad mit 100... 200 Sachen hier an. Ich hatte grad lupenreine Standbilder noch in Köln drinne. Pfff. Komm ich nicht zu nah. Doch komm ich. Komm so nah wie... Oh, er leckt aber. Du leckst genauso doll. Das lägen alle grad irgendwie, der Serverkack fällt weg. Boah. Boah. Unter. Was? 70 Millisekunden, hatte ich ja noch nie so hoch. Also ich bin wieder da. Der Server, der ist der Server. Also ich hab 160 MS und ihr, ähm, äh, zu viel. Boah, 920 find ich. Find ich geil. Ja. Ja, jetzt hab ich 1660. Haha. Also ich bin grad gedriftet. Lass man mich reinlässt. Ich will keiner reinlassen. Zweige denn ranlassen. Da liegt wirklich gleich die ganze Verbindung. Ja, okay, ja. Oh Gott, wer steht hier vorne mit, äh, Warmtrinker? Okay. Office. Äh. Ja. Der scheint, dass ihr alle steht. Wo seid ihr denn? Hier. Ja, da wo ist der irgendwo. Ja, warte. Wollen wir uns da vorne an der, äh, äh, hier Dings mal sammeln? Äh, an dem Tagplatz? Ja, machen wir's mal. Sammeln wir uns mal am Rasthof. Ja? Na, nicht am Rasthof. Da sind die schon vorbei. Da weiter vorne kommt ein Grenzübergang, ist das glaub ich. Ja, wir stehen am Rasthof. Am Rasthof? Wir stehen am Rasthof. Weiter. Ja, äh, vorne am Rasthof Ausfahrt stehen die. Ja. Wir haben immer noch leichte Standlegs hier. So, ach so, ihr steht jetzt hier so schön. Naja, warte mal. Dann opfer ich mich mal mit meiner Pilotenkarre. Karre. Hä. Ja, ist so ein scheiß Ding hier. So, und dann, äh, ein reines Standbild. So gefällt mir das. Äh, gib mich doch gleich. Bitte? Gib mich doch gleich. Ich will hier keiner. Na, Spaß. Aber das ist schon krass. Wir haben alle so komische MSs. Ha, ich hab die niedrigste MS. Oh, Marcel, was tut denn das hier? Also wenn du schon so scheiße fährst, dann mach wenigstens so Rundumlöscher an. Ne. Boah, stopp. Wollen wir's probieren mit weiterfahren, oder? Äh, Marcel, äh, Rundumlöscher. Das war jetzt eigentlich ernst gemeint, ja. Entdeckst du noch mehr? Du, das liegt nicht an uns. Das liegt am Server. Also ich hab wieder normal MS. Ja, die MS hat sich bei mir auch produziert. Aber da hat 15 MS. Na dann. Äh, linke und mittlere Spur ist wichtig. Mann. Gut, los geht's. Ich leiste einfach Wadenblinker an, den kann ich meine Spur wechseln wie ich will. Ja, klar. Hat noch einer so richtig schöne Standbilder hier? Ist er gar nicht. Ach, Mann. War zu schnell. Ja, war's. Ach, Motörfellfunktion. Halten wir mal sicherheitshalber wegen Abstand. Genau, ne? Du tolles Piloten-Kfz. Du Piloten-Kfz? Bin ich sehr elegant. Oh, leck. Alter, war's knapp. Wisst du, was in ETHS fehlt? Was? Werkstätten auf Rasthöfen. Ja, bin ich voll dafür. Ja. Oder mal richtig geil, wenn's ein Unfall gibt, ne? Ist wenn man sich ein Abschlepper lässt, dass man so lange, äh, wie jetzt, wenn jetzt da unten steht, das dauert vier Ingame-Stunden, ne? Dass man dann vier Ingame-Stunden noch, äh, angezeigt wird. Ja, dass man so lange da stehen muss, bis dann wirklich ein Abschlepper kommt, der dich dann mitnimmt. Ja, gibt's zum Beispiel. Oder dass dann... Oder dass dann... Dass dann mehr hier Polizei rumfährt, also sprich Admins. Die dann sowas alles hier auch, ähm, aufnehmen und absichern dann. Ja, oder dass es dann spezielle Feuerwehrler gibt, oder so. Mann, was macht denn Office hier? Mann, was macht denn Office hier? Office, rechts ist das Gaspedal, nicht links. Links ist die Bremse. Da war immer nicht off. Na, der ist vorsichtig, weil's grad so viele Links gibt. Ich hab schon wieder Standbild, das läuft, und ich steh hier inzwischen linker und rechter, Spur, das läuft. Scheiße, wir müssen in 20 Minuten fertig sein, ey. Ich geb schon Gas wieder. Was ist denn in 20 Minuten? Da muss ich los... Alter, was ist denn mit dir? Da muss ich los, weil ich helfe des Kinderkoters damit abzubauen. Scheiße, das ist so krass, das hab ich nicht gedacht. Hast der mich weggekickt? Ist der denn nicht der Pilot? Jo, ich hab total Schaden. Oh, warte, noch geht's. Noch kann ich fahren, noch geht's. Kevin, drück drauf. Okay, ich drück drauf. Hast der ganz toll gemacht. Ich mag dich doch so sehr. Glaub ihm nicht. Abwarten. Scheiße. Die Rache kommt. Direkt dabei jetzt hier. So. Alter. Was denn? Das war auch nur... Jetzt legst du wieder so brutal, Mann. Was ist da los? Ja. Boah, 888 MS. Das muss ein Zeichen sein. Oh! Ja. Ja. Gattausch. In irgendeinen rase ich gleich rein. Biss der euch weggekickt rein, Mann. Also, ich finde, hab ich gut gemacht. So, ich ähm... Stell mich mal... Oh! Oh Gott. Geh runter, halt. Auto zwischen leckenden LKWs. Ah, was geht denn da vorne? Hab mal... Oh! Boah! Was? Ich lass mich mal abschleppen, ey. Das tut schon weh. Pass auf, ich steh hier auf der Linke und mach mal die ganze Spur zu hier. Alter, dat ist ein... Ey, Erop. Der letzte Konvoi war kein Chaos-Konvoi. Das ist ein Chaos-Konvoi. Ja, aber ich bekomme nicht einmal was dafür, dass jetzt der fucking Server was so abspackt. Ja. Und mein... Ja, dann lassen wir uns jetzt alle abschleppen, hätt ich gesagt, und dann beenden wir den Konvoi hier. Weil das hat keinen Sinn, wenn der Server ständig reinkackt. Ne, das hat echt keinen Sinn. Office, wir drücken jetzt alle F7 und Enter und dann machen... äh, in der Stadt, wo wir landen, beenden wir den Konvoi. Gut, dann beenden wir das damit. Weil das hat keinen Sinn, wenn ständig der Server lag die Sau. Ja? Ja. Also hören wir jetzt auf. Ja, aber wenn der Server lag die Scheiße, das macht ja keinen Sinn. So. Ja, das kann ich sagen ganz ehrlich, da müssen wir aus und aus weise wirklich die traurige Wahrheit eingestehen, dass wir den Konvoi beenden müssen. Weil... Das wird jetzt nicht das einzige Mal sein und auch nicht das letzte Mal. Ne. Wir werden auch bestimmt noch andere Konvois fahren. Etikad stellen wir uns alle... warte, ich schau mal nach einer Firma. Ich fahr gerade wieder die Autobahn hoch. Stellen wir uns bei Eurogutis hin. Ich stehe in Liege bei Eurogutis, stellen wir uns hin und machen ein Foto. Ja, warte. Ich versuche irgendwo einen Platz zu finden, wo ich drehen kann. Also wir fahren jetzt noch mit Eurogutis rüber zu der Firma und machen dann ein Anschlussfoto. Ich bin ja schon wieder auf der Autobahn, deswegen. Ich hoffe, ich finde hier irgendwie eine Lücke, wo ich durchfloppern kann. Die Ausfahrt rückwärts runter habe ich keinen Bock drauf. Also fahr mal zu lieben zuschauen. Oh, wir können nicht fahren. Guck mal, wie der rangiert hat. Ich denke nur so, okay. Also ich glaube, dass keiner so ein paar Sekunden dauern, wo ich da was finde. Ach komm, ich geb ihn. Ich liege und jetzt. Wir können jetzt noch mal die eine Funktion ausmachen. Weiter geht's. Oh, Gutis hast du gesagt, ja. Ach, da habe ich wieder schauen. Marcel, wo bist du denn? Rot. Marcel? Eigentlich doch. Was ist der? Was ist der? Was ist der? Anscheinend ist es nicht nur der... der 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 der... ähm... ETS der abschmiert. Anscheinend ist es sein ganzer Rechner. Aber bei uns ist ja auch die ganz breite Standweckskrisen bei allen. Also ich denke mal, das ist schon ETS, was der... 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 der Server von denen er gerade vorhanden hat. Jaja, das ist das. Der Server, der hier jetzt... Ähm... Office, könntest du mal bitte deinen... ähm... Auftrag abbrechen mit der... ähm... Aufregion nicht so mitten im Bild steht. Ich hätte mich auch für ein Proto nicht so hingestellt. Ähm... Im Office, dein... 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 Aufrieger... oder dein Aufkrag abbrechen meine ich. Dann bin ich hier im... beim Hotel in Fortuna. Ich glaube da haben wir mehr Platz und Fenster stehen, oder? Wo? Der Richter ist nicht schon breit. Wir brauchen nur noch die zwei Autos rechts und links. Ja? Nur noch rechts und links die Autos. Aber ich werde mich anders stellen. Ja, wollen wir hinten die andere Stelle stellen, oder wie? Warte. Einfach so. Aber warte. Wollte sie einfach nehmen, nicht. Würde ich einfach irgendwie am besten finden. Der stand nicht. Ich hab's gesehen. Sodelé, 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 sodelé. Jetzt noch rechts und links die Autofahrer, dann passt alles. Ja. Die Motoren bitte aus. Schöne Stille. Schöne Stille. Haha. Irgendjemand hat ein Auto. Ähm. Der wusste jetzt, äh, der andere Auto, der Mun. Der Munschirm, wo ist das? Ja, ich weiß nicht, der ist. Chris, mach mal bitte rundum leuchten aus. Was? Ja, ob du auch. Chris, Baum. Ähm. Ja, dann, wir wollen mal jetzt ein Live-Foto machen, oder wollen wir halt auf den Internet doch warten? Ich weiß nicht, ob er nochmal kommt. Ich weiß es auch nicht. Kann der hübsche DAF-XF mal seine rundumleuchte bitte kurz mal anschmeißen? Warte. Ja, richtig. So. Ja, ihr habt ein Foto gemacht. Ich auch. Ja, mach nochmal Licht aus. Äh, rundumleuchten. Ich hab auch, äh, Foto gemacht. Ich auch. So. Ich würde einfach mal sagen, dazu an meine Zuschauer, ich weiß ja nicht, was er auch jetzt machen möchte. Ähm. Würde ich sagen, dass dieser Chaos-Konvoi... Ja, ja, also bis zum nächsten Konvoi am Samstag. Sonntag. Sonntag? Ach ja, das ist ja nicht. Ja, das ist in der Spitalkonvoi wieder. Ja, ich war heute irgendwie schon bei Sonntag, keine Ahnung warum. Aber heute, leider Gottes schon Sonntag. Ähm. Ich würde einfach mal an meinen Zuschauern oder zu meinen Zuschauern sagen. Ähm. Ja, das war schon cool. Äh, genau. Ähm. Wir sehen uns nächsten Samstag oder Sonntag, so wie ich an den Konvoi denke. Es ist ja, ähm, Samstag und Sonntag in Konvoi. Wie ich daran denke, ähm, mitzufahren. Wollte ich einfach mal sagen an die, die Zuschauer von mir und von EOB. Falls ihr... Keine Ahnung. Ähm. Wollte ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich wünsche euch jetzt einfach auch, da von daher schon, warte. 19.30 Uhr ist. Ich wünsche euch einfach mal, ähm, schönen Abend und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das wünsche ich euch auch und dann sage ich mal zu meinen Zuschauern, danke fürs Zuschauen. Schaut auch bei Kevin mal vorbei. Da seht ihr es dann aus einer anderen Perspektive. Ja. Wir werden eventuell auch, äh, bisschen Szenen austauschen. Bei lustigen Szenen. Ähm. Sagen wir es mal so, wenn wir es denn hinkriegen irgendwie. Dann kann man es auf jeden Fall mal machen. Ja, genau. Und dann, ähm, sag ich, falls ihr, falls ihr neuer dabei ist bei euch, bei euch, bei euch, wo man jetzt zuschaut, lasst mir ein Abo da und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bei mir natürlich auch. Danke. Und beim, ähm, Kevin könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich auch ein paar Abos bekommen würde. Und, ja, dann sieht sich beim nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschü tschü. Tschü.